hallo zusammen herzlich willkommen auf dem drohengraffer kanal mein name ist jörg und draußen zieht langsam das herbstwetter ein das drohnenflugwetter ja das ist so langsam beendet und wenn du dir vielleicht hier so eine drohne auch kaufen möchtest so eine dji mini 4 pro oder auch so eine dji mini 3 oder auch eine andere drohne oder du hast eine drohne und möchtest einfach jetzt mal fliegen wenn das wird auch nicht so ist da habe ich jetzt einen passenden tipp für dich kannst du jetzt hier auch drohne fliegen lernen und das ist der dji fly simulator da gehst du am besten solltest du auch schon diese dji store app auf dem smartphone installiert haben da gehst du in diesen dji store rein und hier siehst du jetzt ja die anwendung dji fly simulator jetzt klicken wir da mal drauf da sehen wir jetzt da wird uns hier so eine display einblendung gemacht schaut jetzt hier so ungefähr aus wie bei unserem display auf unserem controller von unserer drohne da kann man hier so kleine missionen starten dann kann man natürlich jetzt auch hier erstmal die steuerung so ein bisschen ja einstellen und sich einrichten dann wird einem dargestellt wie die drohne auch fliegen kann also ich denke mal das ist ganz praktisch wenn man jetzt wirklich noch nie so eine drohne geflogen ist und das einfach mal auf dem smartphone probieren möchte und einfach mal schauen möchte ja wie würde denn dann gegebenenfalls so eine drohne vielleicht auch in der luft reagieren bzw hier kann man dann auch wieder umschalten in den fpv modus dann sieht man das direkt wie das dann auf der kamera aufgezeichnet werden würde hier kann man dann auch noch verschiedene einstellungen machen bzw kann man dann auch hier noch mal die kamera ansicht umstellen bzw auch noch andere sachen also ich denke mal das lohnt sich wirklich wenn man noch nie so eine drohne gehabt hat oder auch wie gesagt jetzt bei schlechten wetter einfach mal draußen fliegen möchte wenn es draußen regnet und schneit und die drohnen sucht dann wieder kommt man einfach mehr gerne fliegen möchte dann nehme ich mir meine smartphone in die hand und dann kann ich hier so paar kleine flüge absolvieren jetzt kann man hier auch sehen wie die drohne sich verhält die man dann hier direkt am smartphone steuert es ist so ein flugsimulator würde ich mal sagen muss aber auch sagen das macht ja so richtig spaß auch mal mit so einem gerät jetzt hier zu fliegen dass man sich das einfach mal ein bisschen anschauen kann wie dann das ganze funktioniert bzw hat man hier jetzt auch noch verschiedene einstellungsmöglichkeiten das kann ich euch jetzt hier auch noch gleich mal mit einblenden was man dann auch an der app bzw hier einstellen kann in diesem flugsimulator dann hat man hier auch eine schöne erklärung das ist leider alles auf englisch aber das denke ich kann man auch verstehen jetzt kann man dann hier wie gesagt so ein paar kleine flüge machen und sich da so bis in der luft austoben beziehungsweise auch mal richtig einfach online tourne fliegen üben so nenne ich das ganze also wie gesagt es ist so eine kleine empfehlung von mir jetzt mal für schlechte wetter oder an die neue drohnen piloten hier unter euch die jetzt mal hier zuschauen kann man hier eben ja verschiedene missionen mit seiner drohne absolvieren und daher auch so ein bisschen testen ich denke mal ich werde euch den link unten in die video beschreibung mit reinpacken da kann man dann direkt vielleicht mal drauf gehen ich kann man das auch am pc spielen sage ich jetzt mal das habe ich leider noch nicht getestet aber es wäre auch mal eine möglichkeit auf jeden fall geht zumindest auf dem smartphone in der video beschreibung für die natürlich auch noch weitere links rund um das thema drohne und tone also könnt auch gerne mal reinschauen und für jeden drohnenflug natürlich mit einer richtigen drohne vorausgesetzt braucht man eine passende drohennachpflichtversicherung mit dem code drgr3 findet ihr bei den helden der eine passende drohennachpflichtversicherung für eure drohne und euren kopter ob ihr da jetzt gewerblich oder auch als privat flieger unterwegs wird das ist euch überlassen da könnt ihr auf jeden fall mal reinschauen und wenn ihr dann vertrag abschließt dann spart euch noch einen ganzen monatsbeitrag bei der ganzen sache und ihr könnt auch noch den kanal hier noch so ein bisschen mit unterstützen und ich sage vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal auf dem drohnen graffer kanal tschau tschüss euer jörg abone ol